Hallo, was geht? Wir sind jetzt mal wieder in der Folge mit einer weiteren Folge Minecraft Together. Mit mir, dem Showbiz und dem Sgt. Cola. Genau. So, wo sind wir stehen geblieben? Ähm, im Hausbau. Ne, wir wollten in die Höhle, oder? Ich weiß es nicht. Wir wollten erstmal das Eisen hier brennen. Stimmt? Ja. Oh. Äh. Und ich hatte noch ein bisschen glaubt. Wo kommt das Eisen hin? Nogener Kiste. Dann müssen wir uns Rüstung damit bauen. Kannst du? Wo ist unser Eisen? Wo kommt denn das hin? Ich weiß nicht. Wo kommt denn das hin? Irgendwie in keiner Kiste was. Na, wo die Rüstung sind. Haben wir erst den zweiten? Hier. Hier sind noch 90. Mach da ja, okay. So, ähm. Kannst du mir... Also, guck mal hier jetzt kurz bei der Waffengäste. No. Also, ich hab jetzt noch das Schwert und den Bogen. Das ist halt alles ein bisschen. Ne? No. Ich hab auch nochmal einen Bogen. Okay, vielleicht bräuchten wir nochmal neue Schwerter. Oder warte, mach du dir mal ein neues Schwert und ich nehm die kaputten hier mit. Ne, nehm mal du mein altes Schwert. Oder, ja. Ja, ja, mach ich ja grad. Warte, ich muss doch kurz wie meine ganzen... Wo kommt denn das Maragd hin? Mitten in die Ressourcentüste. Okay. Hier wurde nicht mal das Schwert. Mein altes Eisenschwert. Okay. Lol, das ist auf dem Ressourcentüste. Ich mach jetzt ein neues Schwert. Hast du noch... Achso, okay. Ich brenne mal hier kurz Rindfleisch. Ich hab Pflastersteine. Okay, dann wollte ich mit dem Hausbau eigentlich weitermachen. Wo kommt der Räder hin? Tu's mal mit in die Küste. Wie viel Rindfleisch hast du? Ich hab 10 bei mir auf Lager. Na, tu mal, dass du nur noch 2 hast. 2 Räder hinzu. Ja. Wo kommt denn das Schwarzbüge? Ich hab's vor uns gesehen. Da. Okay, die Rose. Hau ich weg. Ich brauch's nicht. Okay. Wollen wir wieder in die Höhle, oder? In welche Höhle? Überleg mal. Welche Höhle? Na, überleg ich gerade. Ich hab noch ne Frage. Kommt die hin? Kannst du mit zu mir? Tschüss mit der Hand. Dank. Okay. Na, wollen wir nicht mal kurz... Äh, ich möchte gerne nochmal kurz ne Ladung. Äh. Sand brennen. Hey, wo ist denn die Kohle hin? 2,0 nach 2. So. Bei dem Eisen machen wir auch noch ein bisschen. Machst du uns dann Rüstung? Kannst du vielleicht die Werkbank verhandeln? Das sind ständig. Ja, stell dir ruhig um, wenn's dir nicht gefällt. Du durfst jetzt runterfallen. Ich würd dich hier daneben stellen. Ja. So, warte mal kurz. Also, wir machen mal ne Kiste, wo nur Monsterzeug drin ist. Also, was wir von Monstern... Dann ist es aber unsymmetrisch. Oh nein. Na, das sieht man. Ist egal. Warte. Können wir uns aus... Dem... Oh, lol. Aus dem Eisen hier gleich Rüstung machen, oder? Äh, ja können wir machen. Wie geht das? Muss doch mal helfen hier ein bisschen. Titte. Das Zeug. Ich mach uns mal kurz zwei Eisenhelme, okay? Ja. So, einmal für mich und einmal für dich. Dahin. Ich muss nur kurz Kisten sortieren. Ähm, ja das war's. Ach nee, Schwarzpuffer. Was ist da dahin? Danke. Hier deine Hose. Für mehr reicht's noch nicht. Doch, doch. Ich bin dabei. Wie mach ich jetzt meine... Ich soll hören. So, ähm, wie mach ich... Ja, wie mach ich denn... So, ja. Wie mach ich denn hier... Dings... Prostkanzung. Ähm... Alles voll, außer oben das, wo der Kopf hin muss. Also außer oben in der Mitte. Alles voll. Hier. Ob das reicht? Ob das reicht? Ja, eins ist noch übrig. Schöne, da fehlen uns ja nur noch Schuhe. Und? Für Schuhe reißen ich... Ein Eisen haben wir noch. Ne. Okay. So, ich will mal kurz hier noch das... Wo ist denn jetzt unser Eisen? Ach ja. Kurz noch das Glas, äh, die Glasmauer hier fertig stellen. Ja, den Optifine-Mod muss ich leider rausnehmen, weil er ein bisschen gebackt hat. Äh... Ja. Gut. Versuche ich zu behalten. Mach schon mal eine Höhle aus. Wir gehen doch... Wollen wir nicht wieder dahin gehen, wo wir schon... ... waren? Wo waren wir denn schon? Na, da hinten... Was hast du jetzt alles bei dir? Hast du Fleisch bei dir? Ja. Wie viel? Und? Neun. Und ich hab, ähm... Ne, ich hab nur noch einen Faden. Äh. Hier unten ist noch eine Höhle. Ähm, und eben die beiden Eisenschwerter. Also das eine halb kaputt und... Ja. Okay, wir haben jetzt 3,64er Stacks Kohle. Das Kohle nehm ich mit. Ich hab... Glaub... Das nehm ich mit. Das nehm ich mit. Wollen wir hier weiterkramen? Komm, wir gehen mal los und suchen Höhlen. Würde ich sagen. Der Kies und der Sandstein, der kann weg. Oder warte. Ganz kurz. Ähm, gibst du mir noch... Ich würd sagen, wir sollten noch Erde mitnehmen. Warten wir mal kurz. Die Musik ist ein bisschen zu laut. Und... Ich bräuchte eine Spitzhacke. Alter Musik, du nervst so. Also ich hab jetzt 2,64er Stacks. Blö, ich hör die bei 0%. Was sind das? Ich hab genug Erde für uns beide mit. Wie viel hast du? Äh, 53. Haben wir noch mehr? Ne. Ich komm gucken. Ich mach noch ein paar Sticks. Für Fackeln. Kannst du ein bisschen lauter reden? Ich mach noch ein paar Sticks für Fackeln. Du hast nämlich so genug. Nein, Spaß. Ähm. Okay. Schwert hab ich. Fleisch hab ich. So, wir haben alles. Wir können los. Your channel was edited. Okay. Your channel was edited. Edited. Ähm, hast du eine Spitzhacke für mich? Ach so. Haben wir noch eine Spitzhacke? Ja, ja, ja. Nicht viel, ne? Eins, vier. Eins? Eins. Dann kann ich dir keine Spitzhacke geben hier. Also, nimm erstmal die, weil ich bin sowieso bisschen der, der, ja, was findet. Kannst du nicht noch eine aus Holz machen? Ja, das ist noch eine. Ja, das ist meine. Oh, warte. Ja, ach so, ich hab gedacht, du hast gar keiner. Ist gut. So. Komm, wir können immer hier in die Richtung gehen. Ja, wir müssen bloß nicht vergessen, wo wir waren. Warte. Ähm. Kannst du nicht so einen schicken Waypoint machen? Das geht nicht, weil ich... Ah. Hm. Na, sorry, nee. Das ist der Motto, den ich rausgenommen habe. Diesen Loll. Komm, mal hier runter. Aua, 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 aua. So, Loll, jetzt wird die Musik runter. Also, hier? Ich höre es ein bisschen her. Ja, so heißt. So, warte. Also, wir können vielleicht hier ein bisschen weiter kramen. Ja. So. Nee, jung, kommst du? Ja, ich musste die Musik anpassen. So, wo hat's so gedacht? Also, hier, aber wir können noch weitergehen. Nee, da findet man nichts mehr. Okay. Ähm, dann kann man... Ah, Leute, macht das. Guck mal hier. So. Ist hier was? Nee. Nee. Also, wieder hoch. Ja. So, hier sind Brunen. Es muss sterben. Da oben ist unser Haus. Ach, loo, echt? Ja, siehst du das? Okay, loo. Ja, ja, hab ich gesehen. Oh, siehst du das noch? Öh, öh. Oh, das liegt bei mir grad ihr wisst. Wo bist du? Da. Dürfen wir uns nicht verlieren? Guck mal hier. Hier unten ist ein Höhle, hier gehen wir rein. du hast mich geschlagen nein warum wir werden nur zwei creeper schaffen und eine spinne eine spinne machst du mal bitte den weg nach oben vielleicht sowas wird hier recht attackiert mach mal einen weg nach ich mach ich mach mal kurz den weg nach oben mach du mal die creeper weg was machst du sprengen ist jetzt weg naja warte ist hier noch was hier unten ja hier ist aber lieber um die ecke hast du lass ihn explodieren hier hinten ist auch noch einer ich gucke mal etwas weiter das war hier noch was wir sind peter geht's wieder hoch ich bin über die ok also sehr viel ist hier nicht hier oben ging es noch weiter hier ist kohle ja auch kohle kohle ist viel zu übel wert ist warte ich baue auch noch was so ok so wo ging es dann ach es kommt mir nicht es kommt nicht so geht es hier noch mal ich mach mal hier kurz den fluss zu ach hier geht es dann hier lang ok ja da kommt wieder raus ja dann gehen wir erst mal weiter ah wo ist er entfernt wir können geht es hier noch irgendwo anders lang oder ne das war es mit der höhle hier ok dann suchen wir weiter ich habe sehr viel ne da habe ich schon alles ausgeleuchtet da war nichts so wo ist unser haus in der richtung hier ne keine ahnung ja da ist es dürfen wir nicht aus den augen verlieren ok ok gehen wir ein bisschen hier lang ja ein bisschen näher am haus vielleicht auch hier in der felswand am haus oder ich habe es gesehen ja ich habe es gesehen und wo bist du ähm da einfach ja einfach zurücklaufen genommen die da unten ja ach lol ja fehlzündung hier waren wir doch vor uns oder ne ich wollte mal mehr hier lang gucken hier so in der richtung oder da sind wir nicht so weit vom haus weg hier ist noch was ne alles noch außer Höhlen komm wir hier hoch da ist kohle da ist kohle hast du da ah die ist bei dir da muss noch mehr kohle da muss noch mehr kohle hm ok bist du denn das ist unser wieder weg unser wieder weg ja da ist unser wieder weg unser wieder weg ah wo gehst du denn oh ich wäre fast runtergefallen Digga nicht springen springen du kannst nicht mehr was kann ich bist du denn hast mich noch nie mal getroffen runterstoßen sollte man nicht und nene oh nein am liebten an nimmer hat es ist auch woher und überlebt so das ist es sich nirgendwo zweitlich darf sich nicht mehr durch 3 leben und es wird nacht es wird nacht in minecraft hast du irgendwo eine kleine uhr oder sowas wenn ich jetzt für minecraft oder nee hier so allgemein ja es ist 1948 ja also entweder wir schließen die müssen schafe finden wir gehen auf schraufsuche ja ich baum auch ein bisschen erde ab wir treffen uns wieder zu hause ja also ich war gerade fast draufgegangen enderman und creeper ich darf wohl bemerken dass jetzt nacht ist und gerade die ganzen zorn zum misch herum sparen das denkbar ist wieder darauf rennst ich lebe musste jetzt wenn jetzt nur zorn bekommt es sind drei die nummer nach hause und kümmern sich um den haushalt hast du noch erde unser gesamter vorrat gerade gewesen gesorgfältig damit um es ist erde ja wir haben nicht so viele davon also wie der ausbeute ist ein bisschen kohle naja ich hab was runtergefallen wenn man immer so rückwärts weiter läuft oder wir haben noch übelst viel erde soll ich denn mal ein bisschen erde bringen reichen 64 steaks ja also rund 200 artblöcke kann so ein bisschen fackeln ich habe genug und die fackel ist runtergefahren egal wir machen so symmetrisch nimm du die fackel ja ist gut ich verteile mal hier ein paar farbeln aus ich spüre ein zombie ach gott zwei tschuldigung ein bisschen ausleuchten ja eigentlich ganz gut hier mal um den berg herum die jugend herzutage greift als zombie verkleidet von hinten an wieso blutrünstig von hinten weißt du noch so so Vielen Dank.